Davina Geis ist die Tochter der TV-Millionäre Robert und Carmen Geis und durch die RTL2-Sendung Die Geissens eine schrecklich glamouröse Familie bekannt. 2003 wurde sie geboren und ist inzwischen volljährig. Schon seit Davina Geis auf der Welt ist, führt sie ein Leben in Saus und Braus und hat eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich. Davina und ihre jüngere Schwester Shania hatten schon immer das Privileg, ein Luxusleben zu führen. Inzwischen ist aus der süßen Millionärstochter eine selbstbewusste, erwachsene junge Frau geworden. Vor allem das Leben in der Öffentlichkeit hat sie dabei sehr geprägt. Gemeinsam mit ihren Eltern stand sie schon seit ihrer Kindheit für die eigene TV-Sendung der Familie vor der Kamera und ist seitdem in Deutschland bekannt. Inzwischen ist sie nicht nur ein TV, sondern auch ein echter Instagram-Star geworden. Mit zahlreichen Fotos gibt sie den Fans Einblicke in ihr aufregendes Leben. Vor allem begeistert die in Monaco geborene Davina ihre Follower mit ihren wunderschönen Looks und Eindrücken aus verschiedenen Urlauben. Auf diesem Foto präsentiert sich Davina in einem langen und luftigen Sommerkleid auf einer Terrasse. Mit diesem Anblick sorgt sie bei uns direkt für Urlaubsfeeling. Einige der Fotos auf ihrem Instagram-Profil fallen auch recht freizügig aus, so wie dieses hier, welches Davina beim Sonnen am Pool zeigt. Ab und zu lässt sie mit einem Bild in Bademode tief blicken. Die Tochter von Carmen und Robert Geis könnte definitiv als Model durchgehen. Doch auch ohne glamouröse Kleider und knappen Bikini kann Davina überzeugen. In diesem tollen Sportoutfit macht sie ebenfalls eine gute Figur. Wer denkt, dass Davina und ihre Schwester Shania Geis nicht zur Schule gehen, weil sie ständig mit ihren Eltern im Urlaub sind, liegt falsch. Die beiden besuchen eine internationale Privatschule in ihrem Hauptwohnsitz Monaco. Davina hat inzwischen schon ihren Abschluss mit Bravour bestanden. Wusstet ihr, dass Davina Geis bereits mit 15 Jahren hinter dem Steuer saß? In Monaco ist Autofahren nämlich schon früher erlaubt als in Deutschland. Davina Geis wird immer mehr zum gefragten Star. Sie und ihre Schwester Shania bekommen sogar ihre eigene Show. Rich Kids in Monaco wird eine Doku-Soap exklusiv über die beiden Schwestern und ihr Leben in ihrer schönen Heimat Monaco. Davina hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Entwicklung über die Jahre durchgemacht und ist deutlich erwachsener geworden. Wir sind uns sicher, von Davina Geis werden wir in Zukunft sicherlich noch einiges sehen und hören. Wir sind uns sicher, von Davina Geis wird eine Doku-Soap exklusiv über die Doku-Soap exklusiv über die Doku-Soap exklusiv über die Doku-Soap exklusiv über die Doku-Soap. Wir sind uns sicher, von Davina Geis wird eine Doku-Soap exklusiv über die 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 Doku-Soap exklusiv über die